Wir wollen in Nordrhein-Westfalen ja mehr preisgünstigen Wohnraum ermöglichen, gerade in den großen Städten. Und da bietet der 3D-Druck als neue Technologie zur Herstellung von Gebäuden richtig gute Chancen. Mit einem 3D-Drucker kann man Gebäude aus Beton drucken. In wenigen Tagen steht das Haus dann da und es kann weiter eingerichtet werden. Erste richtig gute Beispiele gibt es dazu bereits auch in Europa, aber noch nicht bei uns. Und wir wollen Nordrhein-Westfalen zu einem führenden Land machen bei der Herstellung von Gebäuden in 3D-Technologie. Denn wir haben hier eine richtig gute Forscher, eine starke Bauindustrie, kreative Projektentwickler und Architekten. Dafür unternehmen wir jetzt im Landtag einen Vorstoß, um die Landesregierung zu bitten, hier voranzugehen, Fördermittel beim Bund und bei der Europäischen Union dafür zu besorgen und gemeinsam mit diesen Fachleuten, mit allen Akteuren hier in Nordrhein-Westfalen an die Spitze zu bringen bei dieser neuen Technologie.